Quarkus ist ein cloud-nativer Technologie-Stack für Java-Web-Applikationen und bezeichnet sich selber als Supersonic Subatomic. Supersonic, weil Quarkus schnell ist, sowohl in Produktion als auch in der Entwicklung. Subatomic, weil Quarkus klein ist und wenig Ressourcen verbraucht. Quarkus basiert auf Jakarta-EI und Micro-Profile. Das heißt, wir können bestehendes Wissen weiterverwenden. In den Workshops gehen wir gezielt auf Themen ein und sammeln praktische Erfahrungen durch Hands-on-Übungen. Quarkus bietet einen cloud-nativen, modernen Technologie-Stack, der ressourcenschonend in Produktion läuft. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf unsere Consul-Homepage. Ich freue mich, euch in den Workshops zu sehen.